Wir haben die Halbfinale-Begegnungen für die Pokale mit Helder Rappen 15 ausgelost. Wer sich dafür interessiert, kann gerne noch etwas länger bleiben. In der nächsten Begegnung stehen gegenüber 86 Kilogramm Freistehung. Christian Koch von den KSV und Rana Magdala von Radio Rheiningen-Horgenheim. Vitamin Bedeutung KSV und Rana Magdala von Radio Rheiningen-Horgenheim-Geschäfte KSV-Geschäfte Krystle KSV-Geschäfte KSV-Geschäfte Vielen Dank. 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 ... 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